Sind hier noch Palmen? Auf dieser Insel müssen noch Palmen sein, oder? Oh, scheiße. Hier ist keine Palme mehr hier. Doch, ich habe irgendwo eine Palme, oder? Ich muss irgendwo eine Palme haben. Jetzt haben wir ein großes Problem. Die haben wir umgebracht. Sie hat alles keine Palme. Ich weiß, wie Palme aussehen. Ich bin nicht doof. Ich glaube, ich bin doch gerade ein bisschen blind. Ach ja, ist doch die scheiß Pflanze. Habe ich keine Palme mehr hier? Hört doch mal auf, ihr doofen Viecher. Darf ich euch irgendwann mal umbringen, bitte? Das war fies von mir, oder? Nein! Oh Gott, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Hier ist unsere Palme, die wir hatten. Ich bin entweder richtig blind, oder wir haben keine Palme mehr hier. Oh, scheiße. Ich hoffe natürlich, dass wir immer noch eine Palme da haben. Und sonst müsste ich jetzt heulen. Oh, Mann. Palme, Kokosnuss. Ähm. Wir haben, glaube ich, echt keine Palme mehr hier. Äh, shit. Aber für ein Bett brauchen wir das doch. Oder bin ich jetzt völlig Banane? Für ein Bett. Wie sammle ich das denn jetzt, bitte? Ich muss hier auf eine nächste Insel... Ich fahre jetzt auf eine nächste Insel. Wo ist mein Boot? Treues Gefährt. Wo bist du? Treues Gefährt. Was ist das da? So ein Stein, oder? Ach, das ist, ähm... Wasser noch. Ja, aber... Wo ist mein Treues Gefährt? Haben wir eine Karte? Nein, das ist keine Karte. Oh, Mann. Das fängt so gut an. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er läuft, du siehst, guckt euch diesen Schatten an. Ja, ich habe eine Achse in der Hand. Ich kann springen. Alles ist perfekt. Alles ist... Alles ist perfekt. Sei ruhig und leb in Frieden. Buff. Okay. Äh, Boot? Lauf hier gerade schon wieder rum. Oh mein Gott. Ja, will ich aber nicht. Ähm, da wachsen die schnell wieder nach, die scheiß Viecher. Bin jetzt doch mal rumgelaufen. Wo ist mein scheiß Boot? Vanessa hat ein Problem. Sie findet ihr Boot nicht mehr. Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen über Nacht? Da ist mein Boot. Schön. Toll. Und weiter. Und interagieren. Und zur nächsten Insel. Ja. Warum auch immer wir das tun. Aber wir können es halt. Oder die Wellen. Oh Gott, pass auf die Wellen. Oh, das ist ja richtig geil. Ich hoffe, ihr mögt es so windig und extrem. Extremes. Was? Das ist ein Stein. Cool. Ähm, das ist wirklich ein Stein? Ja. Wir könnten gerade gestrandet sein. Oho, wir sind ja gestrandet. Aber ihr wisst, wie ich das meine, ne? Auf den Stein. Alter, das ist so geil mit den Wellen. Wir haben richtig was aus diesem Spiel gemacht. Ich glaube, ich habe es vor einem Jahr oder so mal gespielt. Weißt du, was ich jetzt möchte? Hier schwimmen! Oh Gott, ich dachte, das ist tief. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, das ist, äh, cool. Nice. Cool. Ja. Ich, äh, das sieht ja cool aus. Oh Gott, ho, 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 ho. Wo ist jetzt unsere richtige Insel? Wo wir hinwollten? Da kamen wir her, ne? Ja, wir wollten irgendwo dahin oder so. Wir schwimmen einfach. Ich meine, wir haben ja genug Zeit. Es wird gleich erst dunkel. Es wird schon. Wir wollen uns dann gleich ein Bett. Äh, die Insel ist gar nicht so weit weg. Das sieht nur so aus. Ich meine, manchmal muss man einfach was riskieren. Und wenn wir jetzt nicht was sofort riskieren, dann werden wir sterben. Was war das für ein Ruckla? Warum habe ich bitte Ruckla? Wieso wird es bitte dunkel? Ich sehe gleich nichts mehr. Wie lange werden wir überleben? Insel, ich vermisse dich. Da geht die Sonne unter. Ähm, ja. Shit. Wir werden eine tolle Nacht haben. Aber ich habe da auf dieser Insel nichts mehr gefunden. Die Insel war scheiße. Die mag ich nicht. Wie geht's uns? Ah, es ist auch ziemlich spät. Ja, Mensch. 18 Uhr. 18 Uhr 16. 18 Uhr 16. Und, äh. Aha. Cool. Und wir. Aha. Ist doch alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich meine, wir sehen nichts mehr. Aber. Shit. Wie weit ist es denn noch bis zur Insel, bitte? Oh, da ist sie. Ich sehe einfach gar nichts mehr. Und es wird so ruckelig. Ich glaube, hier ist ein richtiger Sturm gleich. Also kein richtiger Sturm. Aber die Wellen sind schon extrem. Äh, hä, hä. Wie gesagt, ich werde sehr gut überleben, wenn ich mal gestrandet bin irgendwo. Dann setze ich mich einfach mal in ein kleines Schlauchblot, äh, Boot und setze mich einfach, wie gesagt, hin. Mach nichts und dann wird er einfach vorwärts gehen. Die Insel ist aber groß, ne? Oder? Insel, bist du groß? Früher kommt immer so ein komisches Geräusch, wenn da Haie in der Nähe waren. Vielleicht haben wir die noch nicht freigespielt. Freigeschaltet, meine ich. Wäre schön. Wäre aber auch langweilig. Mh. Kann ich jetzt bitte gleich mal ankommen? Ich meine, die ist nicht mehr weit weg. Das ist, äh. Vielleicht schubsen sie auch gerade die ganze Zeit ein Hai. Wer weiß. Wer weiß. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Deswegen möchte ich schnell da hin. Weil allgemein habe ich sehr viel Angst vorm Ertrinken. Wie gesagt, seit der Bootstour. Seit der Paddeltour und der Arbeit. Das habe ich auch schon bei Antidorn die ganze Zeit erzählt. Dass ich da halt, ähm, dass ich, dass es einfach schon nicht mehr lustig war. Weil, das war einfach nur Überlebensding. Weil wir die ganze Zeit aus dem, aus dem Paddelboot raus, wir sind umgekippt. So. Und die Strömung war so stark und so alles tief, dass wir... Und noch ein Stück? Noch ein Stück? Okay. Okay. Wir sind da. Unsere neuen Insel gibt es hier auch. Oh, hier ist schön. Hier bleibe ich. Wir brauchen eine Palme. Da haben wir eine Nachbarsinsel. Hier haben wir Plank. Plank. Jukka. Jukka, ist schon mal gut? Sehr gut. Wo ist es hingeflogen? Gib mir das. Gib mir das. Wo ist noch mehr? Ja. Hallo? Ich klicke, aber ich sehe nichts. Da. Noch mehr. Wir brauchen nämlich noch ganz viel. Oh, alles hell hier. Wir brauchen noch ganz viele Lashing. Und um Lashing herzustellen, brauche ich ganz viel. Craften. Und dann brauchen wir noch mehr Lashing. Und herstellen. Und mitnehmen. Sind hier noch mehr runtergefallen? Oder, oder, oder? Schade. Ich sehe einfach, wie gesagt, gar nichts. Ich glaube, ich muss das für euch richtig hell machen. Jukka. Gut. Noch ein bisschen. Gut. Da ist was. Da ist was. Da auch. Da auch. Ist auch irgendwas hingeflogen. Ich habe es gesehen. Da. Okay. Mal Lashing. Warum wird es immer so heavy, wenn ich das mache? Das ist cool. Ich brauche nur noch eine Palme. Ist hier irgendwo eine Palme? Palm. Oh, gut. Gott sei Dank. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Gleich wird es nächster Morgen sein. Ein bisschen verplant, aber sonst ist alles gut. Wir kriegen das schon hin. Wie gesagt, wir machen zusammen Urlaub durch den Sommer. Und werden noch ein paar viele Kokosnuss mitnehmen. Und das hier auch nochmal ein bisschen anstupsen unserer schönen Axt. Weil wir wollen ja auch schließlich irgendwann mal schlafen. Es ist ja schließlich schon. Es ist. Mensch. 20.20 Uhr. Das ist aber überhaupt nicht mehr schön. Wir sollten schnellst im Bett sein. Die Sendung mit der Maus ist vorbei. Sandmann ist auch vorbei. Was macht Delf hier eigentlich noch? Ja. Er schlägt eine arme Palme. Versucht hier den Kopf abzuhacken. Mit einer scheiß Axt. Das ist echt gar nicht mehr feierlich. Ja. Aber die Axt, ne? Das hat mir hier gerade alles richtig Axt gemacht. So. Das haben wir eigentlich genug, um uns einen scheiß... Warum wird das mal alles so hell? Bett zu machen. Nein, wir brauchen noch ein Lashing. Lashing. Los. Jetzt können wir uns ein scheiß Bett machen. Bett. Kraften. Safe. Und schlafen. Ich möchte bitte die schöne Sequenz wieder haben, wie früher, als wir immer aufgestanden sind. Das war schön. Haben wir nicht. Schön. Okay. Gab es überhaupt irgendwas? Die Hundewellen. Ich weiß nicht, ob es da früher immer was gab. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder wach. Und, ähm... Wir sollten uns als nächstes irgendwas anderes machen. Ich weiß noch nicht was. Die Insel ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Die sollte größer sein eigentlich. Ich weiß gar nicht... Hier sind Steine. Wie spät ist es denn? Das ist die falsche Taste. Ach, 6 Uhr. Wir sind genau um 6 Uhr aufgestanden. Wie geht es uns denn so? Wir haben sehr viel Durst. Wir sollten uns... Wir sollten was trinken, nicht wahr? Ich glaube, wir sollten uns erstmal einen Water Collector machen. Ah. Was? Ich sehe ein Hai. Hai. Ich sehe nichts. Das ist ein Hai. Guck mal, da hinten, da läuft er. Äh, da schwimmt er. Durch den Boden durch. Cool. Ähm, okay. Die Hai sind doch schon da. Das ist schön. Das ist auf jeden Fall irgendwas zu, ähm... Water Still. Ich weiß nicht, was das genau ist. Wir brauchen erstmal einen Stein. Wir brauchen einen Stein, um das zu machen. Wir finden hier sicher irgendwo Steine. Steine gibt es doch eigentlich genau genug wie Sand am Meer. Haha. Stein. Also wenn es hier keinen Stein gibt, dann heule ich aber. Dann renne ich woanders hin. Ich kann mein Bett bewegen. Ja. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Toll. Und jetzt brauche ich immer noch einen scheiß Stein. Ähm... Einen steinigen Stein am besten. Hm. Sieht nicht gut aus für uns. Ich sehe irgendwie... Ich sehe keine Steine. Warum? Warum das frage ich mich gerade wirklich. Warum gibt es hier keine Steine? Wir sollten vielleicht erstmal... Ich habe eine Idee. Wir... Ich habe gerade vergessen, wie man das hier macht. Dann macht man Kuh. Und dann holt man sich... Die Axt. Bleib hier. Bleib hier. Bleib doch hier. Alter, du Scheiß-Kokosnuss. Trinken. 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 Mh, lecker. Schon getrunken, oder? Also so richtig viel getrunken hast du jetzt irgendwie nicht, ne? Aber wir können auf jeden Fall mit der Axt mal draufschlagen. Dann machen wir die kaputt. Und dann haben wir nochmal Kokosnuss helfen. Dann können wir die essen. Und dann geht es uns wie gut? Wieso haben wir denn so viel Durst? Oh mein Gott. Okay. Eins, zwei, drei. All ins Wasser. Hopp, hopp, hopp. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Links. Nein, rechts gewinnt. Nein, links. Rechts. Wieso musst du unbedingt rechts gewinnen? Ich mag rechts nicht. Hallo? Danke. Dann nehmen wir dich. Kann ich bitte dich töten? Kokosnuss. Und nochmal. Danke. Das geht so einfach, wenn es doch nur in Wirklichkeit auch so gut ginge. Kokosnuss. Hallo? Wir haben leider einen verloren. Wir müssen jetzt damit klarkommen und erstmal noch mehr Kokosnuss trinken. Nein, falsch. Oh. Trink. 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 Ist die nicht... Die ist Trinkable. Hallo? Ach, sind die jetzt leer? Ach so. Ja, wir haben ein bisschen was jetzt dazu bekommen. Das ist auch schon mal ein Anfang. Mindestens verdursten wir nicht. Ich musste gerade echt überlegen, wie wir es früher mal gemacht haben, dass wir halt nicht verdurstet sind. Aber es ist ja ganz einfach. Kokosnuss. Wenn wir hier schon Kokosnuss haben, dann sollte man das auch benutzen. So. Und dann machen wir gleich mal ein Feuertchen für uns. Essen das hier. Essen. Nochmal, Dave. Eigentlich, ja. Ja, das war's. Ähm, was brauche ich denn alles für ein... Ach so, wir brauchten einen Stein. Genau, wir suchten einen Stein, den wir hier nicht gefunden haben, ne? Ich will mal sagen, wir gehen auf die andere Insel da hinten. Wollen wir rüber schwimmen? Also, ich will ja voll dafür, dass wir jetzt schwimmen, ne Runde. So ein Morgensport um... Um acht, um halb neun, glaube ich. Macht das Spaß. Und das sind unsere Vögelfreunde. Das ist wirklich voll... Das ist überhaupt nicht tief. Glück gehabt! Und das ist voll die große Insel. Oh, das ist doch tief. Schade. Das sieht gerade ein bisschen komisch aus noch. Aber warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber schön. Da hinten dachte ich, es steht da ein Haus. Aber, ähm, das... Das glaube ich eh nicht, dass das ein Haus steht. Einfach so auf einer einsamen Insel. Weil der erste Mischung auch ziemlich einsam. Es ist aber egal. Es ist ja sein Leben. So. Dann brauchen wir jetzt... Oh, hier ist es viel cooler. Muss gleich mal mein Bett mitnehmen. Hier ist so ein kleiner Dschungel. Kann das sein? Cool. Okay. Ein Stein. Irgendein Stein. Da ist ein Stein. Cool. Okay. Dann... Nein! Ein Waterstil. Okay. Robo-Stoff. Ist doof. Oh Gott. Campfire-Pit. Ich brauche noch ein Campfire. Ah, cool. Dann brauche ich einmal ganz kurz noch Campfire-Pit. Steine bräuchten wir. Ja, ich musste das jetzt kurz machen. Ich musste meine wertvollen Steine dafür aufopfern, dieses Ding hier zu bauen. Weil das klang irgendwie ganz gut. Oh Gott, was war das? Hier sind ganz viele Steine. Oh mein Gott, ja. Oh, geil. Oh, schön. So, was ist hier denn noch so? Da hinten sind noch mehr Steine. Ich gehe gleich nochmal zurück und werde dann... Na, macht ihr hier Party? Schön. Ähm, noch mehr Steine? Okay, okay. Schön hier. Mag ich. Dann gehe ich nochmal dahin zurück, weil dann machen wir nochmal was Neues. Ich habe es gerade ploppen gehört. Das ist noch ein Stein. Geil, so voll das Paradies hier. Schön. Hier. Wah. Ich bin da ein bisschen müde. Ich weiß ja nicht, wie lange ich gerade aufnehme, weil jetzt machen wir nämlich einmal ein Waterstil. Was soll man das heißt? Ich weiß es nicht so genau. Oder unter den Bäumen. Mal hier hin. Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass das gut ist. Kämpfeier kann ich leider nicht bewegen. Feuer? Okay. Okay. Ich muss sagen, wir holen uns jetzt eine kleine Krabbe und werden die ein bisschen rösten. Können wir dich auch lieber nicht rösten? Was ist denn mit der Textur hier los? Oh, die lebt übrigens noch, ne? Ich habe sie nicht getötet. Bleib. Ja, sie bleibt schön. Kann ich auch irgendwie... Ja! Guckt euch diese Krabbe an, wie sie einfach nichts macht. Sie steht voll. Kann ich auch brennen? Wann wirst du fertig sein, kleine Krabbe? Ich habe zwar voll keinen Hunger, aber ich wollte es unbedingt sehen. Das ist cool. Nicht... Oh, ich dachte... Ach, das ist deine Axt. Ich dachte gerade, du hast die Krabbe in deiner Hand. Wir haben die Krabbe jetzt mal getötet. Ich weiß nicht, ob sie tot ist. Wir lassen sie einfach mal Krabbe sein, okay? Brutzel, Brutzel. Auf dem Feuer. Ein bisschen mehr davon. Und ich gehe mal ganz kurz hier tauchen. Körper. Dann halt nicht... Körper! Körper! Ah, okay. Ah, da hinten ist ein Haus. Schiff. Sieht irgendwie gerade hier so komisch aus. Irgendwie. Ich hätte es früher nicht immer so ein Kugging-Stump-Geräusch gemacht, als es fertig wurde. Hier ist voll das... das tote Ding. Ähm... Gibt es hier irgendwas drin? Ich glaube nicht, oder? Aber es ist interessant, das auch nochmal alles anzuschauen. Ja, ich, äh... Wir wollen jetzt bitte nicht wieder dieses Problem haben wie am Anfang. Aha, da unten sieht das auch ganz interessant aus. Ja, Mensch, das ist ja ganz... Ach, jetzt kommt mal langsam alles. Schön. Der ist eine Schatztruhe oder so, keine Ahnung. Ähm... Ja, hier brauche ich ein bisschen mehr Luft. Ich merke schon. Oh, ho, 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 ho. So, wir gucken mal... Wir sind so langsam. Aha. Aha. Ich muss mal kurz wieder nach oben. Ich habe ein Problem. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe unter Wasser. Schneller. Danke. Ich gehe mal kurz zurück zum... Nee. Spaß. Ähm... War hier jetzt irgendwas oder so? Ich kriege jetzt ein bisschen Panik. Ich... Ich finde nichts. Ich sterbe. Wasser. Nein. Ich will nicht ertrinken. Wir gucken uns das mal nachher an, weil gerade Dave ist ein bisschen außer Atem. Verstehe ich gar nicht. Da hinten ist unser Feuerchen. Und da hinten sind noch... Habe ich irgendwas falsch eingestellt, dass wir das alles nicht sehen oder so? Ähm... Irgendwie ist das doof. Ähm... Was ist das hier bitte? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich mache einfach mal... Das ist in Ordnung. So machen wir einfach... Nein, nicht... Äh... Äh... Okay. Ist ja immer noch so. Keine Ahnung. Ist das da hinten eine Kiste oder was? Ich gehe da jetzt einfach hin. Auch wenn er sehr lange braucht zum Schwimmen. Braucht er leider wirklich. Der hinten ist auch noch ein Boot. Der hinten ist noch ein Boot. Ich will da jetzt gerne hin. Der ist ja wirklich ein Boot. Habe ich gar nicht gesehen davor. Geil. Und was ist unser... Ähm... Wir sind so weit weg davon... Falls jetzt ein Hai kommt, habe ich ein Problem, ne? Wir riskieren es einfach. Wir sind fucking scheiß Dave. Ich forgot James sagen. Aber wir schaffen das schon. Und sonst müssen wir halt ein bisschen kämpfen. Ist ja nicht schlimm, oder? Okay. Nimm. 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 Okay. 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 Raus hier. Luft, Luft, Luft. Wuff. Ja, Dave. Das denke ich mir manchmal bei dir auch. Ähm... Da ist noch eins. Ja. Machete. Ja, cool. Wir finden schon richtig cooles Zeug hier. Mensch, geil. Oh Gott. Hör mir doch auf, dagegen zu springen, Dave. Kann man irgendwie hoch? Ich würde ja gerne hochgehen. Das ist voll interessant hier gerade schon. Dave, hör auf rumzuspinnen. Danke. Rauf da. Oh, geil. Was finde ich denn hier für cooles Zeug, Mensch? Dave kann schon nicht mehr. Das merke ich. Ähm... Was ist hier noch sonst noch so los? Nichts, oder? Ah. Ich drücke mal die falschen Tasten. Und noch so ein Tape-Teil. Ich habe voll keinen Plan, was wir machen können. Oh, ist doch cool. Ist doch cool, was wir hier machen. Dave, hoch da. Oh, hier ist noch was. Ähm... Erstmal kurz am Wasser dann... Und hier, buff. So, wir schwimmen zurück zum Land. Hoffen, dass die Nix von High ist. Im Dunkeln sah es eigentlich cool aus, aber jetzt nicht so wirklich. Ach du Scheiße. Okay. Da vorne ist wieder ein bisschen Stein für mich. Ein bisschen Stein. Noch ein bisschen Stein. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ein bisschen Tarpe-Tarpe für dich? In welcher Insel bin ich gerade? Äh... Da hinten ist meine richtige Insel, ne? Ja. Okay, gut. Ich will kurz in mein Bett gehen. Wo war mein Bett? Da hinten. Ach. Ich möchte speichern und ausmachen. War es wirklich das, die Insel hier? Ich glaube schon, oder? Äh... Ich will mich nicht schon wieder verlaufen hier. Verschwimmen? Keine Ahnung. Aber ich muss hier ausmachen, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr irgendwie arbeitslos... Arbeitslos sein. Heimatslos sein. Weil er ist ja auch ein bisschen... Ihr merkt ja, er ist gestört. Das kommt halt davon, wenn man einfach nichts mehr hat, ne? So, ich hoffe, das war das Richtige. Da war bestimmt irgendwo unser Bett. Ja, ich glaube schon. Weil hier sind so viele Inseln. Und da hinten ist auch irgendwas Cooles. Bett, wo warst du? Da. Gott sei Dank. Ähm, ich möchte bitte saven. Gut. Und bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es heißt, Überleben bei irgendeiner Scheiße und wir schaffen das schon.